Grüße euch Paraguay live und wie gesagt heute aus dem leicht bewölkten Paraguay herzliche Grüße in die ganze Welt an die ganzen Fans so heute möchte ich euch eben das Haus hinter präsentieren wie schon gesagt acht auf zwölf Meter also für diejenigen die Interesse haben an einem preiswerten und vor allem ökologisch gebautem Haus bitte einfach melden anrufen wir stehen euch gerne zur Verfügung entweder unten E-Mail anschreiben oder halt anrufen keine Probleme wir beantworten nicht immer sofort die Fragen weil wir natürlich sehr aber wie gesagt wir werden auf jeden Fall uns zurück melden danke so wir zeigen euch einige Details wie gesagt das Haus wächst wir haben am 1. November angefangen also sind knappe sechs Wochen Bauzeit ihr könnt euch dahinter sicherlich einiges darunter vorstellen und ich werde euch sicherlich weitere Details zeigen bis dahin macht's gut ciao ciao noch im Rubau Zustand da könnt ihr euch einfach mal anschauen wie top es aussieht ja so ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja einfach likes geben Daumen hoch und wie gesagt falls ihr Fragen habt einfach anrufen oder anschreiben wie wir beantworten immer gerne eure Fragen weil letztendlich vor fast 20 Jahren waren wir in der gleichen Situation und jetzt können wir euch unsere Hilfe als Team als auch meine persönliche Hilfe gerne anbieten okay also macht's gut teil das Video und vergisst nicht die likes zu geben